Hallo und willkommen liebe Skylanders Fans zu einem neuen Wunschduell mit mir der Marcel und mit mir der Sarah und unser kleiner großer Fan Mario wünscht sich Boomer gegen Terrorfinn und das werden wir heute auf den Kopfsprung klippen bekämpfen und ich satte als erstes mein Skylanders Portal nämlich Terrorfin Serie 1 und ich spiele dann mit Boomer. Genau, eigentlich ist Boomer ja mein zweitlieblings Skylander, genau, aber wenn ich gegen welche kämpfen muss, dann kenne ich keine Freunde, dann habe ich nur Feinde. Also, Sarah, Sarah, du bist mein Feind. Okay, bist du bereit? Jo. Alles klar, dann 3, 2, 1, los. So, ich weiß genau, was der Boomer vorhat, weil ich kenne ihn ja persönlich und jetzt kommt direkt die Baumklatscher, zack, direkt getroffen. Ja, ja, hier liegen mal die Bomben. Boah, komm her. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das ist meine Taktik, die er benutzt. Oh Gott. Volleit auf die Rübe. Einfach wegrennen und dann einfach die Bombe im Hintergrund legen. Ja, 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 hau ab jetzt. Tschüss. Nach hinten fertig. Nein. Du kannst gar... Oh, da ist ein Eis. Warum habe ich denn so viel Leben schon? Weil du ist gleich kaputt. Da, 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 da. Nein. Stopp. Oh nein, ich bin voll in deine Bombe. Oh nein. Jetzt hau doch nicht die ganze Zeit ab da und mach mal einen Trick, dann ist Mist. Ist das. Ab jetzt. Ja, ja. Ja, komm mal her. Wenn ich dich nicht kriege, dann soll ich meine Mini-Haie holen. Oh nein, Hilfe. Hop, hop, hop. Ah, Mist. Komm mal. Jetzt. Nein, du bist ehrlich. Was soll ich denn machen? Nur im Kreis. Woh, woh, woh. Nein, nein. Oh nein. Du hast doch gewonnen. Oh nein. Was ist denn das Spiel? Aber du hast ihn irgendwie getroffen. Oh nein, Schreize. Renn die ganze Zeit um den einen Felsen herum. Überliegen die Bomben. Ja, ich wusste wirklich nicht. Ich dachte, ich mach mir so einen Schutzkreis. Weißt du? Ne, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. So eine Schützehra. Ich weiß ja, wenn ich mit dem spiele. Ich mach's ja genauso. Aber... Hab ich gut aufgeholt, ne? Ne, eigentlich nicht. Ja, hast gewonnen. Ja, hast gewonnen. Ja, gut. Ist egal. Das war... Herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles klar. Dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Und sagen dann bis zum nächsten Mal.